Tja, das Problem ist halt bei dem Gatling stationär. Können die Kugeln mal fliegen. Jaja. Erstmal im Container gucken. Oh, mein Inventar ist schon wieder voll. Ernsthaft? Ja. Oh, wir sind sogar richtig hier. Man glaubt es kaum. Äh, jetzt müssen wir nur noch... Hä, wo kommt der denn? Ja. Draußen vom Wald? Ja, so ungefähr. Draußen vom Wald. Ist ein Sackgast und er kommt da einfach mal hin. Wie zur Hölle bist du da reingekommen? Die Tür. Welche Tür? Unten wurde ja eine gerade an dem Schock gelöst. Da sind sie drauf gegangen. Mhm. Och, komm schon. Geh mir doch jetzt nicht auf den Sack hier. Ach, hier ist eine Tür. Jetzt habe ich das Auge gesehen. Alter. Stehen nur von so ein paar Leuten auf dem Dach, ey. Ich gucke mal eben. Ich muss Papi wieder richten. Irgendwie trifft ich mal gar nichts. Ja, da war mein Skorpion auch noch nicht voll. Du stellst dich aber auch an. Kenn ich nicht, ist keiner vor mir. Nicht für eine Scheiße. Jetzt schluss ich mal mein Team. War bei Aldi im Angebot. Yey, den ganzen Weg zurück. Oh, oh, oh. Verrückt. Das wollte ich noch gar nicht. Aber egal. War doch kein Arena-Kampf. Wo ist sie denn jetzt? Mutti. So, wir müssen hier lang. Ja, nein, nein, nein. Gruppe, bitte folgen. Folgen, bitte den Gap und Schild, ja? Ja, Dennis. So, da vorne sehe ich doch einen Gegner. Oh, ein einsamer, kleine Lenz-Infanterie. Oh, wie süß. Oh, jetzt habe ich irgendwie voll verkackt. Moment. Der hat daneben geschossen. Jo. Habe auf den Kopf geschossen und dreimal daneben geschossen. Top. Die hätte er gerillt. Ich hoffe, du hast das gerade nicht wirklich gesagt. Doch, habe ich. Okay. Was? Du Quallens. Du hast was ins Gesicht gekriegt. Hier lang. Boah, geil. Guck mal, wir gehen sogar den langen Weg. Wir hätten einfach links abkürzen können. Ma, wenn du schon mal Navigator bist, ne? Bitte, die Gruppe vorgegangen. Bitte, die Gruppe, bitte. Nee, ich wollte die Gruppe getreiben. Na, geil. Acht Schuss und dann nur Einzelschuss. Oh Gott. Bam, human. Nein, es ist keine Sniper. Alter. Oh, sogar blind. Alter, ist die Scheiße. Was ist das denn für eine Waffe? Weiß nicht. Das ist... Sagen wir so, was soll das sein? Das ist ne Combat Rifle. Aber 6 Schuss? Hä? Feuerratte von 5? What the fuck? Gut, dafür 119 Schaden mit einem Explosiv. Aber, Alter. Ruhe, wenn du mal triffst. Wenn du mal triffst. Erstmal hart eindecken wieder. Wie teuer ist denn... Snapper Rifle? Ach, hab ich schon. Ja. So, wenn du fertig bist, ist das auch Bescheid, ne? Ich frage jetzt immer nicht, was das war, ne? Was? Was? Ich habe eine Reise initiiert. Aha, Gegner mit Grünschild sind resistent gegen Säure-Schwein. Säure. Oh, yeah. Was war da, rote Nummer? Feuer. Feuer. Bido. Bido, Bido. Guten Tag. Och, die ist schon wieder, Alter. Ihr geht mir hart auf den Sack. Was auch immer noch kommen soll. Ich hatte noch eine Granate. Alter, die ist so scheiße, die Knabe. Versteck die Augen, machst du Bock zu zocken. Ähm. Ich habe gerade irgendwas mit Vagina verstanden, was mein Typ gesagt hat. Weißt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der hat irgendwas mit Vagina gesagt. Na, der erinnert sich an diesen komischen riesen... ...Lob. AT-AT. Alter, wo kommt der denn her? Wo kommt der dieser scheißknallharte Typ raus? So, noch einer dauernd. Au, 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 au. Na ja. Komm schon. Headshot. Och. Hör auf zu bewegen. Keiner mag bewegen für Ziele. Alter. Hä? Äh, dude. Ja. Ich habe es mitgekriegt. Mir ist da ein Malheur passiert. Bist du ausgerutscht? Ja. Aber ich mache auf eigen Urin. Ja. Wo ist raus sonst? Hedgehot. Nein, AP. What the fuck? Scheiß, Kampfer. Das ist voll der Noob gewesen. Ähm. Was noch nicht so schön ist. Nee. Das lohnt sich noch nicht einmal mitzunehmen. Nein, ich will mitwarten. Die Tür. Was? Okay. Neue Missionen. Finde Stil. Logbuch. Wir müssen nach Rust Cummins East. Dann würde ich sagen. Auf geht's, ne? Ja. Da dürften wir hier auch per Schnellreising kommen. Ja. Zumindest... Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber ich sehe dich wieder. Diesmal hast du mich überrascht. Jetzt muss es schnell gehen. Du musst sofort zur Kammer. Los. Hattest du auch dieses Bild? Ja, Mann. Das hat mich voll erschrocken, Alter. Wo die da voll eklig am Grinsen ist, ey. Ah, ich freue mich. Hattest du schon schillen. Mir kann sogar. Warte mal. So. Ach, fick dich doch. Hier hast du ein kacken Menü raus. Rust Cummins East. Halt dir, wenn du eine Waffe einsammelst, um sie automatisch auszurüsten. Wow. Gut, dass ich das jetzt mal erfahre. So. Wo haben wir denn das Auto hier? Erste Frage, wo ist die Karre? Die war, ich glaube, ich hinko unten. Hier haben wir... Doch, da haben wir einer. Wo war hier einer? Da. Hab's. Nein, die Richtung noch. Die, die ich im Kamerajäger anvertrauen möchten. Geht das schon wieder los. Was denn? Ja, ich hab auch eine Kleinigkeit. Sehr. Oh, dieser Sprich hier gar keiner. Da war ja voll. Da war dann Wasser zu tief. Ich komm gerade hier auf das Geräusch klar, Alter. Hey, Junge, spring nicht um. Ach, halt doch die Fresse. Schlagloch. Ja. Bin weggerutscht. Salt Flats. Ne, ja, fein hier dran, ey. Das läuft so stabil als Spiel momentan. Das ist nicht so laut. Das ist nicht so laut, ey. Oh shit, warum hab ich das nur gesagt? Ach, ja. Ich glaub, das sollte man erst erwähnen, wenn man, äh, die Aufnahme beendet. Was für ein Netzwerk jetzt? Irgendwann mit einkaufen, ne? Hm. Steige ein. So, wo müssen wir denn hin? Dort? Ach du Scheiße. Oh, kann ich ja hier erstmal nur... Und kannst du ja erstmal sowieso nur eine Richtung nehmen. Ja, mein Gott, ich bin doch auf dem Weg. Gott, drauf an, wie lange wir leben. Ja. Wenn wir jetzt so wie Terminator machen, dann haben wir ein paar mehr Chancen. Schnell mutiert. Oh ja. Wir müssen zur Kamera. Hast du den neuen schon geguckt? Ne, noch nicht. Geradeaus jetzt. Links an diesem komischen Gedönse vorbei. Schnell, die Kammer des Strecken, sie ist noch geöffnet. You should smell fun. Ach so, hier lang. Hier lang? Ja. Ah, okay. Und dann da. Links, 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 links. Bin da. Genau. Mutti, da bin ich. Nicht die Mama. So, was haben wir hier? Boah, geil, Mitte Müll. Boah. Nö. D, 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 d. Hallo. Auch geil, so komplett ohne Deckung einfach. Iridien Weapon auf Stufe 3. Fick dich. Fick dich. Lauf dich. Zu. Bewegen. So, was noch. Wie so eine Bowling. Wie so eine Bowlingkugel. Ui. Guck mal da in den Hang runter. Was? Guck mal den Hang runter. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mindestens. Zwei, drei, vier, fünf. Ja, ich schütze mir sechs. Und so einen knallharten Verteidiger. Warum trifft der mich, aber ich ihn nicht mit dem Sniper? Oh mein Gott. Schnell. Ich muss mich vorbeisneaken. Nein, er hat mich gesehen. Alter. Klammern? Nein. Das ist ein Scherz. Junge, welches Ding macht hier Schockschaden? Vielleicht kriege ich da hinten einen oder so. Garnate. Au, au, au. Nein. Lass mich liegen. Alter, was ist das? Was macht die denn hier?